Ich bin Thorsten Henning-Turau, bin Professor für Marketing und Medien an der Uni Münster, bin Leiter unseres MBA in Marketing Programms und akademischer Direktor des Experimental Reality Labs am Marketing Center Münster. Was mich antreibt, ist herauszufinden, was Konsumenten glücklich macht, was Unternehmen erfolgreich macht und was das Metaverse mit dem Ganzen zu tun hat. Was ich mitteilen will, ist, dass das Metaverse keine abstrakte Sache aus einer fernen Zukunft ist, sondern heute und hier und jetzt bereits reichlich Spaß machen kann und Wert erzeugen kann für Unternehmen, zumindest dann, wenn sie das richtig nutzen, dieses Metaverse. Das wichtigste Take-away meines Vortrags wird sein, wie man das mit dem Metaverse konkret angehen sollte, und zwar einerseits im Unternehmen selbst und zum anderen im Umgang mit ihren Kunden. Die Tagung sollte man besuchen, weil man all jene Dinge lernt, die für die Zukunft von Unternehmen und von Märkten fundamental wichtig sind. Als ich zum ersten Mal so eine Questbrille aufgesetzt habe, da wusste ich, oh yeah, das wird ein wilder Ripp werden und so ziemlich alles verändern, an das wir uns in Sachen digitales Marketing gerade erst gewöhnt hatten. Ich bin etwa zwei Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich bin etwa zwei Prozent Mal. Untertitelung des ZDF, 2020